Kennt ihr das? Hey Leute, Mittag ist da. Wir wechseln uns eigentlich immer ab mit dem Essen holen. 6,50? Ich hab's heute leider nicht dabei, sorry. Okay, dann morgen. Ja, morgen. 8 Euro? Dann morgen. Ich muss ständig meinem Geld hinterherren. Und am nächsten Morgen das Gleiche. Von dir krieg ich doch noch 8 Euro. 6,50? 9 Euro. Schau mal. Mit der Funktion Quit deiner VR Banking App ganz einfach Geld an deine Kontakte schicken. Deine VR Bank Kuburg.